Zunächst lässt sich die Nackenstütze sehr einfach durch rausziehen bzw. reinschieben verstellen. Die Armlehnen nach innen nach außen, auch getrennt voneinander, in der Höhe selbstverständlich. Die Höhenverstellung auch normal und selbstverständlich, aber die Weichheit bzw. das Nachgeben der Rückenlehne lässt sich individualisiert einstellen, dreifach. Und das ist die Höhe der Lendenwirbelstütze ebenfalls dreifach. So dass dieser Stuhl endlich einmal auch für sehr große Menschen gedacht ist oder passend ist. Einfach nur top. Stuhl.